Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Sie haben Ihr Elterngeld bereits berechnet, geplant und für Ihre individuelle Familiensituation optimiert? Ihr Kind ist nun geboren und Sie möchten den Elterngeldantrag ausfüllen? Dann sind Sie hier genau richtig. Ich erkläre Ihnen den Elterngeldantrag, welche Formularfelder besonders wichtig sind, damit Sie keine Fehler machen und die Elterngeldstelle auch möglichst keine Rückfragen haben wird. Am Ende gebe ich Ihnen noch einen wichtigen Tipp, damit Sie die am häufigsten vorkommenden Fehler nicht machen. Damit Ihr Antrag möglichst schnell bewilligt wird und die Gelder möglichst schnell ausgezahlt werden. Und hierfür gehen wir auf die Website einfach-elterngeld.de. Da finden wir im Übrigen alles, was man um das Thema Elterngeld, Kindergeld, Elternzeit, Mutterschaftsgeld usw. benötigt. Schauen Sie sich in Ruhe um, dann finden Sie Antworten auf Ihre Fragen. Um zu Ihrem Elterngeldantrag zu gelangen, können Sie hier über das Menü gehen, indem Sie hier auf Elterngeldantrag klicken. Hier wählen Sie sich Ihr Bundesland aus und gelangen dann zum Elterngeldantrag, der ab 01.01.2023 verwendet werden muss. Dieser sieht dann hier genau so aus. Kurz vorab, das ist der sogenannte bundeseinheitliche Elterngeldantragsvordruck. Nicht ganz bundeseinheitlich, weil er wird aktuell von knapp mehr als der Hälfte aller 16 Bundesländer verwendet. Das hängt mit unserem Föderalismus zusammen. Muss aber Sie nicht interessieren. Sie sind verpflichtet, sozusagen ab 01.01.2023 diesen Antrag zu verwenden. Altanträge aus Ihrem Bundesland sollen leider abgelehnt werden, die nach dem 31.12.2022 eingereicht werden. Dann wollen wir uns diese 24 wunderbaren Seiten des Antrages anschauen, damit Sie hier auch keine Fehler machen und keine Rückfragen von Seiten der Elterngeldstelle auf Sie zukommen und Ihr Elterngeld schnellstmöglich bewilligt werden wird. Wir stellen zuallererst fest, dass der Elterngeldantrag untergliedert ist in sogenannte Ziffern und Rubriken, nenne ich sie. Also Ziffer 1, Rubrik hier A. Ziffer 1, Rubrik A ist sozusagen die Angaben zum Antragskind. Sie tragen hier den Vornamen ein. Das ist auch eine editierbare Datei bei uns. Die können Sie praktisch verwenden, um das Ganze dann auszudrucken. Rechtzeitig finden Sie im Übrigen immer Tipps und Hinweise der Elterngeldstelle für Sie zum Ausfüllen. Wenn Sie dieses Symbol sehen, wissen Sie, hier sind Unterlagen benötigt, die Sie beifügen sollen beim Kind, zum Beispiel die Geburt zur Kunde des Kindes. In diesem Video werde ich nicht ganz darauf eingehen können, welche Unterlagen hier zwingend immer beizufügen sind. Dafür haben wir ein gesondertes Video, welches da lautet, Elterngelde beantragen. Diese Formularfelder sind für die Mehrlinge gedacht. Falls Sie sozusagen Zwillinge oder Drillinge oder vielleicht noch mehr Kinder in einer Geburt bekommen, können Sie diese hier eintragen, jeweils mit Vornamen. Und bitte vergessen Sie nicht, die Geburtsurkunden aller Kinder beizufügen. Das Geburtsdatum ist dann hier einzutragen. Und wenn Ihr Kind ein medizinisches Frühchen war, das heißt im elterngeldrechtlichen Sinn mindestens sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt kam, sollen Sie unbedingt dieses Feld ausfüllen und den errechneten ET hier eintragen. Das muss natürlich entsprechend bestätigt werden, weil Sie dann die entsprechenden Frühchenmonate im Bezugszeitraum zusätzlich dazu bekommen, um diesen Mehrbedarf sozusagen ausgeglichen zu bekommen. Falls das nicht der Fall ist, können Sie hier einfach Nein anklicken. Unter Ziffer 1 Rubrik C können Sie angeben, auch für statistische Zwecke, wie viele Kinder im Haushalt leben. Kommen wir schon zu Ziffer 2, Angaben zu den Eltern. Unter Rubrik A geht es in der linken Spalte sozusagen um Sie, den Antragsteller. Und in der rechten Spalte, das zieht sich dann wie ein roter Faden durch den Antrag durch, um den anderen Elternteil. Hier muss man nicht viel erklären, es sind die Grunddaten. Kleine Herausforderung vielleicht, die Steueridentifikationsnummer. Hier wird es erklärt, wo Sie diese finden. Zum Beispiel im Einkommenssteuerbescheid ganz oben oder in der Lohnsteuerjahresbescheinigung vom Arbeitgeber oder in dem vom Bundeszentralamt für Steuern Ihnen zugesendeten Zuteilungsschreiben zur Identifikationsnummer, die die schon lange hier in Deutschland wohnen. Das war im August 2008, falls Sie das noch haben. Unter Rubrik B dann der Wohnsitz bzw. der gewöhnliche Aufenthalt. Der muss grundsätzlich für die Elterngeldberechtigung natürlich in Deutschland sein. Die meisten werden hier also auswählen, ja, seit der Geburt lebe ich in Deutschland. Und hier kann man die Adresse entsprechend eintragen, wo man wohnt. Wenn der Partner auf der gleichen Adresse wohnt, kann man hier dieses Feld ankreuzen, dann kann man sich die Doppel-Eingabe sparen. Ansonsten kann man hier auswählen, wo man ansonsten lebt. Hier steht dann in diesen Fällen, welche Unterlagen beizufügen sind. Ganz wichtig, ist das Kind auch auf diese Adresse gemeldet, wohnhaft? In den allermeisten Fällen ja. Ansonsten hier eine alternative Adresse. Es ist übrigens die Elterngeldstelle für die Bearbeitung des Elterngeldantrags zuständig, wo praktisch das Kind wohnt. Ja, das ist wirklich wichtig. Das war früher anders. Für Kinder, geboren am 1.9.21, ist die Wohnsitzelterngeldstelle des Kindes für die Bearbeitung der Anträge zuständig. Kommen wir zur Rubrik C, Arbeit im Ausland. Hier werden die meisten Eltern die Fragen mit Nein beantworten. Die Antragsteller, wer beantragt Elterngeld, hier gibt es vier Optionen, beide Elternteile. Nur einer, der andere später entscheidet, sich sozusagen nur einer oder der andere hat schon beantragt oder eben nur für die eine Person. Falls das eintreten soll, gibt es unten dann auch noch mehr Möglichkeiten zur Auswahl hinsichtlich der Alleinerziehenden-Tätigkeit. Unter Rubrik E dann die Staatsangehörigkeit. Hier werden die allermeisten die Deutsche auswählen. Ansonsten muss man das eben hier entsprechend eintragen und gegebenenfalls nachweisen. Unter Rubrik F der Familienstand, ob man eben verheiratet ist, wenn ja, mit dem anderen Elternteil und so weiter. Hier gibt es auch nichts großartig Besonderes zu ergänzenden Informationen. Kommen wir nun zu Ziffer 3, Angaben zu den Eltern. Lebt das Kind mit Ihnen im selben Haushalt und wird es von Ihnen betreut und erzogen? Das wird in aller Regel ja hier beantwortet, weil ansonsten die grundsätzliche Elterngeldberechtigung fehlt. Rubrik B, das Kind ist mein leibliches Kind oder eben Adoptivkind, Adoptionspflege oder andere Möglichkeiten, die man hier findet. Entsprechend nachzuweisen durch die Meldebescheinigungen. Adoption kann man dann hier eintragen. Achtung, in den Fällen geht dann nicht das Geburtsdatum bei der Elterngeldbewilligung im Bezugszeitraum, sondern der Tag der Haushaltsaufnahme. Kommen wir schon zu Ziffer 4, weitere Kinder im Haushalt hinsichtlich des Geschwisterbonuses. Der Antrag ist hier so aufgebaut, dass sozusagen erst erklärt wird, unter welchen Voraussetzungen es den Geschwisterbonus gibt. Lesen Sie sich das im Zweifel in Ruhe durch. Und jetzt können Sie hier dann die betroffenen Kinder, die das sozusagen erfüllen und das 10% höhere Elterngeld ermöglichen, die können Sie dann hier eintragen. Falls das Kind ein GdB von 20 oder höher hat, dann haben Sie eine längere Geschwisterbonusberechtigung. Deswegen erfragt die Folge hier. Dann hier der Familienstand zum Kind sozusagen, ob es das leibliche Kind ist oder nicht und so weiter. Und das wiederholt sich jetzt hier praktisch dreimal für bis zu drei Kinder, die sozusagen die Geschwisterbonusvoraussetzungen erfüllen können. Alles andere mehr wäre dann schon sehr sportlich. Kommen wir dann schon zu Ziffer 5, zur Krankenversicherung. Wie Sie krankenversichert sind, das werden Sie am besten selber wissen. Das kreuzen Sie hier an, tragen die Versicherungsnummer bzw. Mitgliedsnummer ein. Falls es die gleiche Krankenversicherung ist, kann der andere Elternteil hier wieder bequem dieses Kreuzchen setzen. Und so werden die Daten von der antragstellenden Person sozusagen hier übernommen. Das spart Ihnen Arbeit zum Eintragen. Unter Ziffer 6 geht es jetzt langsam ums Eingemachte, nämlich um den Zeitraum vor der Geburt. Da wird zuerst die Zuverdienstgrenze im Sinne des 1 Absatz 8 BEG überprüft. Hier heißt es nämlich, dass Paargemeinschaften, die ein Einkommen, also ein zuversteuerndes Einkommen von mehr als 300.000 Euro, im Kalender ja vor Geburt hatten, laut Steuerbescheid, die sind nicht elterngeldberechtigt. Alleinerziehende, bei denen liegt die Grenze bei 250.000 Euro. Das wird hier als allererstes geprüft. Unter Rubrik B wird praktisch gefragt, ob man sich für den Mindestbetrag bewerben will. Wer das sozusagen grundsätzlich macht, das findet man hier. Können Sie sozusagen in Ruhe durchlesen und dann gegebenenfalls das hier entsprechend ankreuzen, wenn das für Sie in Frage kommt. Und dann hier direkt weitermachen unter der Ziffer 10. Dann müssen Sie die folgenden nicht ausfüllen. Wir wollen aber nicht den Mindestbetrag beantragen, sondern das erwerbseinkommensabhängige Elterngeld. Und deswegen geht es unter Ziffer 7 los mit dem Bemessungszeitraum. Und hier sollten die Eltern bitte ganz genau aufpassen, weil hier können Fehler passieren, die auch wirklich bares Geld kosten. Unter Rubrik A wird sozusagen abgefragt, wie waren Sie bisher erwerbstätig? Und hier sieht man sehr schön, es gibt vier elterngeldrelevante Einkunftsarten aus dem Steuerrecht. Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb, selbstständiger Arbeit oder Land- und Forstwirtschaft. Das wäre hier entsprechend anzukreuzen, was Sie erzielt haben, um dann hier im nächsten Schritt in der Rubrik B festzustellen, welcher Bemessungszeitraum für Sie gilt. Nämlich, und hier ist wirklich mit den steuerrechtlichen Terminologien gearbeitet worden, wenn Sie Gewinneinkünfte hatten, das sind hier, die gewerblichen, selbstständigen oder land- und forstwirtschaftlichen Einkünfte, dann gilt das Kalenderjahr vor Geburt. Man hat also weiterzumachen mit 7c. Hier sozusagen. Wenn Sie keine Gewinneinkünfte haben, gilt für Sie der Bemessungszeitraum für Nicht-Selbstständige. Das heißt, die zwölf Kalendermonate vor dem Kalendermonat der Geburt. Sie machen weiter bei 7d. Und das wiederum pro Elternteil. Hier kann man auch in diesem Antrag ganz schön durcheinander kommen. Bitte seien Sie hier ganz konzentriert. Wir gehen es jetzt Stück für Stück durch, so als hätte die Person sozusagen oder die Antragsteller Gewinneinkünfte. Deswegen machen wir hier bei 7 Rubrik C weiter. Die allererste Frage, die gestellt wird, ist, ob die Gewinneinkünfte im Bemessungszeitraum steuerfrei waren, zum Beispiel, weil man im Rahmen einer ehrenamtlichen oder einer Übungsleitertätigkeit hier praktisch tätig wurde und diese nicht versteuert werden oder ein anderes Beispiel, die Gewinnerzielungsabsicht bei einer Photovoltaikanlage oder einem anderen Gewerbetrieb fehlt, weshalb die Einkünfte steuerfrei bleiben. Falls das der Fall ist, ja, dann gilt auch für Sie sozusagen, dass Sie nicht als selbstständig gelten und Sie sollen weiterzumachen zu 7d, so wie hier oben sozusagen vorgeschlagen wird. Betrifft uns jetzt nicht. Bei uns sind die Einkünfte steuerpflichtig. Dann die nächste Frage, die günstige Prüfung nach 2b Absatz 4 BEG, nämlich für die Eltern mit geringfügigen Nebeneinkünften mit durchschnittlich unter 35 Euro Gewinn pro Monat. Die müssen praktisch dann hier das prüfen. Wenn die unter den 35 Euro lagen, kann man das hier sozusagen ankreuzen. Dann geht es weiter zu 7d, zu dem Bemessungszeitraum für Nichtselbstständige oder eben, ich stelle diesen Antrag nicht. Man will sozusagen bewusst als Selbstständiger gelten. Dann geht es weiter zu 7e. Also hier überspringt man jetzt sozusagen die Rubrik D, die für die Nichtselbstständigen da ist. Ja, also hier darf man nicht durcheinander kommen. Als erstes wird abgeprüft, ist man selbstständig oder nicht. Wenn man selbstständig ist, ist man elterngeldrelevant selbstständig. Wenn ja, dann geht es weiter, aber jetzt erstmal mit den Änderungen am Bemessungszeitraum für die Nichtselbstständigen, nämlich hier Rubrik 7d. Hier werden jetzt die ganzen Ausklammerungstatbestände für den Bemessungszeitraum aus dem 2b Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz aufgezählt. Das können Sie in Ruhe durchgehen. Wir haben auch einen sehr ausführlichen Artikel dazu, welche Ausklammerungstatbestände wann wie greifen. Wie gesagt, hier geht es um bares Geld. Schauen Sie sich das ganz genau an. Sie können auch auf Ausklammerungs- und Verschiebetatbestände verzichten, wenn das für Sie besser ist. Das kann durchaus der Fall sein, weil Sie dann zum Beispiel in eine bessere Steuerklasse oder einen besseren Sozialversicherungsstatus für das Elterngeld rutschen. Das sollten Sie hier auf jeden Fall wahrnehmen, diese Prüfung, ob das wirklich das Beste für Sie ist. Hier kann man sozusagen auf die Ausklammerung verzichten. Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach darauf verzichten, den überhaupt anzukreuzen. Das wird sich wahrscheinlich noch zeigen in der Praxis, wie das hier gemacht wird in der Bearbeitung des Antrages. Hier geht es noch um Einkommensverluste aus der Corona-Pandemie, die auch im 2b natürlich aufgezählt werden. Ist man hier durch, ergibt sich natürlich ein neuer Bemessungszeitraum, weil er sich eben verschoben hat durch Ausklammerungstatbestände. Wenn sich dieser nicht geändert hat, dann wird man hier weitergeleitet zu Ziffer 8. Wie gesagt, hier wirklich aufpassen. Wenn er sich aber geändert hat, stellt sich jetzt die Frage, ob Sie in dem neuen entstandenen Bemessungszeitraum neben dem Lohn und Gehalt auch Gewinneinkünfte, wie oben aufgezählt, sozusagen erzielt haben. Wenn ja, wieder die erste Frage, sind diese steuerfrei? Wenn nein, dann geht es hier weiter mit 7e. Ansonsten, wenn nein, weiter zu 8. Also hier muss man wirklich aufpassen. Das ist ein klassisch deutsches Formular. Wenn, dann, sonst. Und man wird hier durchgeleitet. Wenn man sich aber ganz von oben nach unten langhangelt, wird man hier eigentlich recht gut geführt. Hier aber bitte aufpassen. Was bedeutet diese Stelle hier? Die ist wirklich ein bisschen tricky. Ich möchte es ganz kurz erklären. Stellen Sie sich vor, Sie hatten, das Kind ist geboren am, wird geboren am 15. Juni 2023 und Sie hatten in 2022 sehr viele Monate mit Corona-bedingtem Einkommensausfall, meinetwegen von Juni bis September 2022. Und diese Monate werden jetzt verschoben. Das heißt, der Bemessungszeitraum splittet sich auf. Ich sage jetzt einfach mal auf Dezember 2021 bis Mai 2022 und Oktober 2022 bis meinetwegen April 23 wegen Mutterschaftsgeld hier vorne. Ob das jetzt zwölf Monate sind, das kann ich jetzt so spontan nicht genau abschätzen. Wie dem auch sei, es geht um den Dezember 2021. Wenn Sie jetzt feststellen, dass Sie da noch selbstständig waren, zum Beispiel mit einem gewerblichen Einzelunternehmen, dann müssen Sie hier Ja beantworten. Und dann greift für Sie nämlich die Verschiebung komplett wiederum auf 2021. Und dann ist das der neue Bemessungszeitraum. Also nicht mehr der aufgesplittete aus der Anstellung, sondern wirklich der 2021er, also Januar bis Dezember 2021. Hier muss man wirklich aufpassen. So, und dann letzten Endes genau die gleichen Fragen wieder wie unter 7D. Die Ausklammerungstatbestände und Verschiebetatbestände des 2BEG. Die geht man hier wieder durch. Man muss sie nicht beanspruchen. Man kann sie auch auf die Inanspruchnahme verzichten. Hier jedoch so, dass man sozusagen beantragen muss, dass diese greifen. Ja, also wenn Ausklammerungstatbestände vorliegen, dann wollen Sie das sozusagen hier, wenn das für Sie besser ist, das sollten Sie natürlich prüfen, dann ist das hier einzutragen. So, also das ist sozusagen definitiv mit einer der schwierigsten Bereiche des Antrages. Und dann kommen wir zur Ziffer 8. Da geht es um das Einkommen und es geht um den Bemessungszeitraum, den Sie eben ermittelt haben. Wir bleiben beispielsweise bei Januar bis Dezember 2021. Da ist sozusagen die Frage, ob Sie in diesem Zeitraum Einkünfte aus Minijob, Midijob oder Berufsausbildung hatten. Meinetwegen so. Wir waren ganz normal beschäftigt. Wenn Sie Gewinneinkünfte hatten, sind hier noch Angaben zu steuern, um Sozialabgaben zu machen, weil die Änderungsgeldstelle das sonst nicht aus Unterlagen entnehmen kann, offensichtlich. Ansonsten weitergehende Unterlagen, die Sie hier beifügen sollen, insbesondere bei Gewinneinkünften. Dann sind wir schon bei Ziffer 9 und Seite 14. Also wir haben die Hälfte schon geschafft, um Einkommensersatzleistungen vor der Geburt, wenn da irgendetwas vorlag, sei es ALG1, Krankentagegeld, Krankengeld, Renten, Elterngeld, älterer Geschwisterkinder, andere Entgeltersatzleistungen und dergleichen. Dann ist das hier alles feinsäuberlich einzutragen und die entsprechenden Bescheide, Bescheinigungen der Leistungen beizufügen. So, dass wir dann auf Seite 16 zur Ziffer 10 kommen, wo die Änderungsgeldstelle Ihnen freundlicherweise nochmal erklärt, was ist Basis, was ist Plus, was ist Partnerschaftsbonus. Sie sollten aber, wenn Sie diesen Antrag schon ausfüllen, soweit sein, das verstanden haben. Worum geht es beim Basis, worum geht es beim Änderungsgeld Plus, was ist der Partnerschaftsbonus, warum beantragen die nur 1,8% aller Änderungsgeldbezieher überhaupt. Lohnt sich das auch für Sie nicht? Das ist hier die Frage, die sollten Sie vorher klären, ansonsten werden Sie immer wieder verunsichert sein, wenn es im Freundes- und Bekanntenkreis, Kollegenkreis, wo auch immer, um das Thema Elterngeld geht. Hier ist jetzt eingebaut die Erleichterung für Alleinerziehende. Diese extra Monate sozusagen können Sie bekommen, wenn Sie eben alleinerziehend im steuerrechtlichen Sinn sind, der andere Elternteil, ihm es sozusagen unmöglich ist, das Kind zu betreuen. Das Wohl des Kindes gefährden würde oder die letzte Option, dass die antragstellende Person zwar alleinerziehend ist, aber sie die Partnermonate noch den alleinigen Partnerschaftsbonus nicht nutzen möchte. Hier dann die Erklärung zu den Frühchenmonaten. Wann gibt es wie viele zusätzliche Monate? Die müssen übrigens nicht zwingend Basis-Elterngeld-Monate sein, sondern können genauso auch als Elterngeld-Plus-Monate sein. Lassen Sie sich hier nicht verwirren. Hier geht es dann in diese Tabelle, wo man den Bezug einträgt. Hier kann man schön auswählen. Nehmen wir an, wir beantragen hier den statistischen Klassiker. Die Mutter in unserem Beispielsfall meinetwegen nimmt Lebensmonat 1 bis 12 Basis und der Vater 13 und 14 Basiselterngeld. Und dann nehmen Sie gemeinsam die Partnerschaftsbonus-Monate in den Lebensmonaten 15 bis 18. Das ist meiner Meinung nach der zweitwichtigste oder eben der wichtigste Bereich. Wie wollen Sie Erterngeld beziehen? Da sollten Sie Ihre Möglichkeiten kennen und das sollte Ihnen klar sein. Dann geht es in der Ziffer 11 weiter mit den Mutterschaftsleistungen. Die hier einzutragen sind das Mutterschaftsgeld der Krankenkasse, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld vom Arbeitgeber, Krankentagegeld, Dienstanwärterbezüge, sonstige Zuschüsse für Beamtinnen und Soldaten, vergleichbare Mutterschaftsleistungen aus dem Ausland oder eben gar kein Anspruch. Das ist hier auf Seite 18 entsprechend einzutragen. Und jetzt wird es auch sehr interessant, denn auf Seite 19 unter Ziffer 12 geht es um den Zeitraum nach der Geburt, ob man hier tätig sein wird. Und hier wieder die Frage, es gibt vier elterngeldrelevante Einkünftsarten aus dem Einkommenssteuerrecht, Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, gewerbliche, selbstständige oder land- und forstwirtschaftliche Einkünfte. Diese sind hier entsprechend auszuwählen, ob diese vorliegen. Unter Ziffer 13 muss man dann hier eintragen, ob man Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit erzielen wird. Im Bezugszeitraum des Elterngeldes wohlgemerkt. Alles, was außerhalb des Bezugszeitraumes ist, interessiert die Elterngeldstelle nicht. Sie können das hier entsprechend auswählen, keine Berufsausbildung und wir wollen hier tätig werden. Falls nicht, muss man dann nur hier unten zu 13 den Urlaub eintragen. Das werden wir dann auch gleich noch machen. Hier trägt man eben ein, wie von wann bis wann man mit welchen Wochenstunden tätig sein wird. Maximal 32, bitte nicht vergessen. Die entsprechenden Nachweise sind unbedingt beizufügen, gegebenenfalls nachzureichen, wenn noch nicht klar. Es handelt sich nicht um einen Mini- oder Midijob. Man kann auch eine weitere Tätigkeit eintragen, wenn man später beispielsweise die Stunden erhöht. Hier bitte das Saltierungsprinzip beachten. Nicht, dass man überrascht wird, wenn auf einmal wegen eines höheren, späteren Einkommens das Elterngeld plus der früheren Monate gekürzt wird. Unter Rubrik B geht es dann hier um den Resturlaub oder generell den Urlaub während des Elterngeldbezuges. Das sollten Sie möglichst vermeiden. Nehmen Sie den Resturlaub oder den generellen Urlaubsanspruch nach dem Elterngeldbezug und seien Sie lieber in Elternzeit, dann kommt es auch nicht zu einer Anrechnung. Es sei denn, Sie sind natürlich Teilzeiterwerbstätig. Dann können Sie natürlich auch normal Urlaub nehmen, aber nach der Teilzeitquote. Hier geht es unter Ziffer 14 dann weiter mit Gewinneinkünften unter Rubrik A im Bezugszeitraum. Da können Sie auch mehrere eintragen. Hier geht es wieder darum, von wann bis wann, Höhe des durchschnittlichen Gewinns und wie viele Stunden. Auch hier, Achtung, nicht mehr als 32 mit allen elterngeldrechtlichen Erwerbstätigkeiten. Hier wichtig, Sie beantragen, dass die tatsächlichen Betriebsausgaben berücksichtigt werden und nicht nur die 25%ige Ausgabenpauschale in Höhe der Betriebseinnahmen. Also 25% der Betriebseinnahmen. Ich kenne kaum Eltern, die das nicht beantragen. Insofern, das sollten Sie so machen. Überlegen Sie sich also bitte ganz genau, was Sie hier tun, damit Sie auch die richtigen Kreuze setzen, weil das kann teuer werden. Steuerfreie Einkünfte, ob das so ist oder nicht, das ist dann hier entsprechend einzutragen. Für Eltern in der Tagespflege, also die selber Kinder pflegen, für die gibt es hier Besonderheiten. Das würde hier diesen Rahmen sprengen. Bitte informieren Sie sich entsprechend bei Ihrer Elterngeldstelle oder bei uns zu diesem Thema, was Sie für Möglichkeiten haben. Dann wiederholt sich hier bei Ziffer 15 von oben der Bereich Einkommensersatzleistungen. Das tragen Sie sozusagen hier ein, ob Sie welche haben oder nicht. Im Bezugszeitraum des Elterngeldes kommen wir schon zu Ziffer 16 der Bankverbindung. Das ist natürlich wichtig, dass die hier zutreffend vorliegt, eingetragen wird, damit auch das Elterngeld richtig ankommt. Kontakt für Rückfragen. Alle Angaben sind freiwillig. Ob Sie das möchten, das ist natürlich Ihnen überlassen. Ich würde es Ihnen als jemanden, der sich vielleicht nicht mit dem Elterngeld auskennt, nicht empfehlen. Auch wenn es vielleicht länger dauert, die Bewilligung, dann lassen Sie sich Ihre Fragen lieber schriftlich geben. Fragen Sie dann mit diesen Fragen bei Experten nach, die genau wissen, warum fragt die Elterngeldstelle hier was, damit Sie auch nicht zu Ihren Ungunsten hier eine Entscheidung erleben. Ansonsten haben Sie hier noch die Möglichkeit, der Elterngeldstelle eine Nachricht zu hinterlassen. Beispielsweise vielen Dank für die Bearbeitung. Da freut sich der Elterngeldstellenbearbeiter, wenn Sie das hinterlassen. Ein kleines Dankeschön. Sie müssen das natürlich nicht machen, aber Sie können das machen. Ansonsten ist hier auf jeden Fall die Unterschrift zu setzen von beiden Elternteilen. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Das ist wichtig, auch wenn der andere Elternteil kein Elterngeld beantragt. Ansonsten haben Sie hier noch die Möglichkeit, eine gesetzliche Vertretung, beispielsweise einen bevollmächtigten Betreuer, hier einzutragen. Und dann sind wir schon am Ende angekommen bei diesem neuen bundeseinheitlichen Vortrag von 24 Seiten. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Überblick hier helfen konnte. Und wir gehen jetzt noch direkt in die Tipps, die ich Ihnen versprochen hatte, damit Ihr Elterngeldantrag auch wirklich gelingt. Ich hoffe, die Erklärungen haben Ihnen geholfen. Nun komme ich zu dem wichtigen Tipp, den ich Ihnen zu Beginn des Videos angekündigt habe. Der erste Tipp ist für angestellte Mütter. Die Elterngeldstelle interessiert sich für den Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld. Und zwar muss sie genau wissen, von wann bis wann, also das genaue Datum, der Arbeitgeber den Zuschuss zahlte. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie der Arbeitgeber das bescheinigen kann. Die einfachste Möglichkeit ist, und das ist, was ich Ihnen empfehle, er soll Ihnen eine E-Mail schreiben, wo er wirklich schreibt, von wann bis wann, in welcher kalendertäglichen Höhe. Er kann es aber auch formularmäßig machen. Manche Bundesländer haben dafür eigene Formulare. Schauen Sie auf unserer Internetseite bei den Elterngeldanträgen nach, ob auch Ihr Bundesland ein solches Formular für den Arbeitgeber anbietet. Ansonsten können Sie aber auch den Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld durch Ihre Gehaltsabrechnungen nachweisen. Dafür ist es aber erforderlich, dass Sie wirklich jede einzelne Gehaltsabrechnung des gesamten Mutterschutzes beifügen. Meistens ist es aber so, dass die letzte oder die letzten beiden Gehaltsabrechnungen noch nicht zur Antragsabgabe vorliegen. Das Problem ist dann, dass der Elterngeldantrag ohne diese Bescheinigung beziehungsweise ohne diese Gehaltsabrechnungen nicht bewilligt werden kann. Achten Sie also darauf, dass Sie bei Antragsabgabe wirklich die korrekten Dokumente beifügen. Der zweite Tipp richtet sich an angestellte Väter. Bitte beantragen Sie Ihre Elternzeit unbedingt nach dem Lebensmonatsprinzip des Kindes, denn Elterngeld wird für Lebensmonate des Kindes gezahlt. Sollte es dort zu Abweichungen kommen, warum auch immer, kommt es zu Elterngeldkürzungen und zu anderen Problemen. Der Antrag wird bürokratischer, weil mehr Unterlagen reingereicht werden müssen. Vermeiden Sie das also. Wenn Sie mehr Informationen dazu haben möchten, schauen Sie sich unbedingt unser Video an mit dem Titel Elterngeld, fünf Fehler, die Sie unbedingt vermeiden müssen. Und der dritte Tipp richtet sich an Selbstständige. Die Elterngeldstelle interessiert sich natürlich, was mit Ihrer Unternehmung während des Elterngeldbezugs passiert. Hier fügen Sie am besten einen formlosen Dreizeiler ein, in dem Sie Ihre Situation erklären, weil die meisten Elterngeldanträge leider keine Formularfelder für diese Fragen vorsehen. Um Rückfragen zu vermeiden, beschreiben Sie also gleich von Anfang an, was mit Ihrer Unternehmung während des Elterngeldbezugszeitraums passiert. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video den Elterngeldantrag einfacher machen. Schauen Sie sich auch unbedingt unsere anderen Videos zum Thema Elterngeld an, damit Sie kein Geld verschenken. Nutzen Sie auch unsere Online-Angebote, wie zum Beispiel unsere Elterngeldsoftware oder unsere persönlichen Beratungsangebote. Dann kann beim Elterngeld nichts mehr schief gehen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine tolle Elternzeit. die Elterngeld подготов�에서回去, die Uhr, die Uhr, die Uhr, die Uhr, die Uhr, die Uhr, geholfen können, dann kann man, wenn der Uhr, also wie zum Beispiel lifesiven Yuri Eltern, er und äußerte sieаете. Und wenn Sie nicht mehrがとうazulachen, das Bref,